Hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir ein Freundschaftsspiel. Also ich rede mit dem jetzt nicht so, weil wir haben eben noch beide Probleme wegen dem Ding. Wir können uns, wenn wir ein Video machen, die Stimme nicht hören. So, ich nehme Argentinien. Okay, wir machen ein Rivalenspiel, das ist gut. Gäste, 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 hier kann man Gäste kicken. So. Kommst du? Achso. Ich muss noch laden. Ibrahim, move it. Das ist so super. So. 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 Ja, also ich spiele mit dem Vincent von den 2GamerTV, oder? Ja, 2GamerTV. Also, ich schreibe dann noch von dem Kanal den Link rein. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. In der Beschreibung. Souverän, er hat den Ball. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Die Mannschaft spielt heute im klassischen 4-3-3 mit zwei Stürmern auf dem Flügel. Jo. Hier erzählen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Sie werden heute über die Flügel kommen, deshalb auch das 4-3-3. Da reichen mahnende Worte, der Spieler, der Eber hat begonnen. Kannst kurz auf Start drücken. Danke, weil ich muss noch kurz die Komponatur ausschalten. So, Audio. Komponatur. Jo. Also. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht beim Gewinnspiel. Die Sendung kann man auch auf Nickelodeon anschauen. Adventure Time. Ernsthaft. Ja, ich hätte jetzt ein gutes Beispiel dafür, wo ich nicht spielen kann, aber jo. So, jetzt gibt's auch mal Gerechtigkeit. Ja, mit Zlatan schon. Ja, von mir. Weil ich bin mit dem Mau vorgegangen. Ach, so knapp. Hat es dumm Glück. Jo. Also von Shakespeare kommen auch noch Videos. Nächste Wochenende, wenn ich Zeit habe, dann noch von Brickforce. Wieder mit meinem Kumpel. Aber dann können wir uns dann hören. Ja, super. Also der Fall, ich da schon mal hab. So etwas, so etwas geht überhaupt nicht. Ja. Sonst schauen wir dann YouTube-Videos. Ja. Ja. Ich schreib da noch in die Kommentare, äh, nicht Kommentare, Beschreibung, mein Skype-Nam. Vielleicht könnt ihr dann vielleicht mal mit uns auch mal aufnehmen. Oder? Können sie auch mal aufmachen. Ja. 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 Also der eine lädt sich vielleicht noch Minecraft unter. Und dann gehen, könnten, könnte man Bad Wars Battle machen. Auf gomehd.net. Ja. Ja. Kör du, kör du. Ja. Au Inte experiencia. Wir sind ja auch ähnlich, weil wie gesagt, wenn er wieder kein Tor hat, dann verzweifelter. Ja, ja, das war doch auf eine Linie. Du hast immer so Glück, irgendwie. ich mein pech besser gesagt ja tue tue mtv verarscht man immer langsam langsam kommen runter bitte kommen runter ja ja das ist es ja ich habe immer so seit was das habe ich online mit pierlo gemacht da habe ich auch getroffen aber online wo spielt der geist ist er schon älter oder noch jünger nicht ja was hat er für ein faul gemacht also der eine spieler der eine hat also wir haben einen freund von mir der ist glaube auch wenn der müsste den kennen also einer hat der schienbein okay das sind ja super neuigkeiten halbzeit oder 2 0 Aue was war das ja tat vielleicht dem Spiel ein bisschen weh von dem Bauch ich glaube es sind mehr so beim Football Merati das wäre jetzt abseits das wäre so schön gegen die Latte auf die Linie Kopfballpfosten und dann bevor ihr ein Stammikrofon kauft also wenn ihr eine rote NPA1 kauft dann müsst ihr noch ein Ding dazu kaufen wie sagt man denn der Mischbult weil da braucht man 48 Volt sonst geht da gar nichts manche sagen da können wir auch so seine Stimme verändern Alter was ist das das kann es nicht sein ja mit Brasilien war ich besser kann schon sein ich habe zuerst gedacht das wäre auch das gibt es nicht keine Ahnung der Ibrahimović hat der Ibrahimović hat 11 Meter gegen Lichtenstein verschossen bei Schweden gibt es auch ein der Tobias heißt ja vor allem ja Tor 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 aber ich muss zugeben das war Glück das war Glück wie heißt der ja stimmt der Kompany den kenne ich schon ich glaube der ist auch so schwarzer ich weiß ich wusste nie wie der zum Vornamen heißt da gibt es ja Jesus Navas Jesus Navas dann gibt es noch wie heißt der Luis das da Silva Aguero ich glaube Aguero ist einer von teusten Spielen dabei MN City aber ich verstehe immer noch nicht wie Dortmund Bayern Lewandowski verkaufen konnte ja 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 haben die kein Geld gekriegt So, ich muss auch kurz etwas auswechseln, hier gibt es gar keine Verlängerung. Ja, es gibt kurze Verlängerung, glaube ich, oder gibt es noch längere Verlängerung, ich weiß es eben nicht mehr. Ich meinst ganz normal bis zu 120. Aha. Ja, ich weiß. Ich muss da aber aufpassen. Ja, Elfmeterschießen haste ich manchmal noch. Ja. Nein. Hier gibt es nur Rewaschen, da muss man nochmal neu anfangen. Also sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.